Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ich zeige euch in diesem Video mal, wie ihr aus jedem Stable Diffusion 1.5 Model ein Inpainting Model machen könnt, weil das doch durchaus sehr praktisch sein kann, das mal zur Verfügung zu haben und das Ganze kriegen wir im Conf UI hin. So, wir fangen mal mit einem Basic Setup an. Wir nehmen als Checkpoint einmal das Epic Realism. Ich weiß, es gibt dafür ein Inpainting Checkpoint, nichtsdestotrotz nehmen wir das mal einfach als Basis und bauen dann gleich das Inpainting hier direkt im Conf UI. Als Prompt geben wir erstmal eine Cute Cat. Ich verzichte auf die weiteren Prompts, wie gehabt, wenn ihr da ein bisschen mehr Mühe reingebt als ich jetzt, was nicht schwer ist, dann kriegt ihr natürlich auch bessere Bilder raus, aber zum Demonstrieren der Technik reicht das jetzt hier. Negativ lassen wir, wie es ist. Wir stellen schon mal die Sampler hier ein. Ich nehme dpmpp2m und Karas als Scheduler. Safe Image schieben wir schon mal ganz nach rechts. Wir brauchen nämlich noch einen zweiten Sampler. Den kopiere ich mit STRG-C und STRG-SHIFT-V, damit die Verbindungen bleiben. Das wird unser Inpainting Sampler. Dann brauchen wir hier hinten auch nochmal ein VAED-Code für später, weil wir wollen ja das Ergebnis hier speichern und nicht das vorne. So. Weiterhin brauchen wir natürlich ein separates Prompting für das Inpainting. Das heißt, wir nehmen hier auch noch einen Clip Text Encode Prompt dazu, hängen den Clip von hier vorne mal rein. Und ich will später die Katze durch einen Papageien ersetzen. Deswegen sage ich die Pute Parrot hier an der Stelle. Damit wir eine Mask hier ansetzen können, nehme ich die Preview Bridge aus dem Impact Pack. Das finde ich immer ganz praktisch. Ihr könnt natürlich Masken, wie gehabt, überall eintragen, wie es bei euch im Workflow passt. Oder sie auch als Image reinladen. Das kennt ihr. Wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Platz. So. Weil wir brauchen jetzt noch einen VAED-Code for Inpainting. Da gehen... Nein, das ist falsch. Da geht die Maske rein. Nee, das ist richtig. Wir können ruhig das hier nehmen. Ihr könnt aber auch das Bild von hier hinten nehmen. Das ist egal. Die Preview Bridge schleift das Image einfach durch. Deswegen nehme ich es von hier. Und das Latent hängen wir hier natürlich in unseren Inpainting Sampler rein. Und damit sollten wir es schon im Groben geschafft haben. Die Node schalte ich einmal aus, damit wir uns nur ein Basisbild generieren können. Und dafür setze ich den Seed mal auf Fixed. Auch ruhig hier hinten. So. Und wir lassen das Ganze mal laufen. Was fehlt ihm hier? Das Latent Image. Das ist klar, weil wir die Node hier gerade disabled haben. Aber trotzdem lädt er den Checkpoint. Und generiert uns eine Katze. Na, das geht bestimmt auch schöner noch. Ja, wir gehen mal mit diesem Bild. So, jetzt haben wir nämlich das Bild hier. Können hier rechtsklick drauf machen. Open in Mask Editor. Und wir sagen, wir möchten das süße kleine Gesichtchen dieser Katze hier einmal auswechseln durch einen Papagei. Jetzt machen wir diese Node wieder an mit STRG-M. Und lassen das Ganze mal in den Inpainting Sampler laufen. Natürlich, die VAI fehlt hier noch. So, ziehen wir uns einfach rüber. Und das ist das erwartete Ergebnis. Es sieht einfach mistig aus. Können hier auch nochmal die Seeds ändern. Es wird einfach nicht schöner. Ihr seht schon, die Bilder passen überhaupt nicht zusammen. Das liegt daran, dass das Model aufgrund seiner fehlenden Inpainting-Fähigkeit natürlich nicht die umliegenden Pixel mit berücksichtigt hier. Und deswegen einfach wild irgendwas mit Papagei in unsere maskierte Fläche reinballert. So, um jetzt ein Inpainting-Model daraus zu machen, brauchen wir noch zwei Checkpoint-Loader-Nodes. Wo hat er die hinkopiert? Hä? Er kopiert die Node nicht. Interessant. Einen Moment, ich drücke mal F5. Ah. Interessant. Keine Ahnung, warum er das jetzt gemacht hat. F5 hat geregelt. Äh, davon brauchen wir zwei. In den ersten laden wir das Stable Diffusion Basis Inpainting-Model. Und in den zweiten Checkpoint-Loader laden wir das Stable Diffusion Base-Model. Stable Diffusion 1.5. Wir haben ja auch ein 1.5-Model. Die laden wir beide hier rein. Also einmal Inpainting, einmal das Base-Model. Jetzt gibt es, ich gucke mal, Model. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man nach Sub sucht. Dann gibt es nämlich das Model Merge Subtract. Wenn ihr die nicht habt, updatet euer Confi-UI. Die kommt nämlich mit Confi-UI selber. Das erkennt man immer an diesem süßen Fuchs hier. Die ist in der Lage, Sachen von Models abzuziehen. Das heißt, wenn wir das jetzt so verbinden, dann ziehen wir die Base-Model-Funktionalität aus dem Inpainting-Model ab. Und was übrig bleibt, sind die Inpainting-Fähigkeiten dieses Models. Und dann kommen wir noch zu einer weiteren Note. Das ist nämlich die Model Merge Add-Node. Und mit der können wir gewisse Fähigkeiten von Models wieder zusammenfügen. So, und ich mache es jetzt einmal so. Ich nehme von hier oben aus unserem Original Epic Realism Loader das Model hier runter. und unser Überbleibsel mit dem Inpainting packe ich an der Stelle hier rein. Und ich lasse es nochmal hier oben einmal so laufen. Achso, der macht jetzt hier nichts, weil... Ja, wir müssen es nochmal so machen. Wegen dem F5 eben ist es ein bisschen durcheinander gekommen. So, dann machen wir das Ganze mal so. Eine neue Maske drauf. Save to Note und lassen das Ganze nochmal laufen. Und wir haben ein ähnliches Ergebnis wie eben. Render stimmen nicht, etc. So, jetzt können wir dieses Model hier, oder das Ergebnis unserer Substraktion und Addierung, hier hinten in unseren Inpainting-Sampler reinhängen. Und das dürfte jetzt nicht funktionieren. Er lädt im Moment noch hier unten die Models rein, weil das jetzt der erste Durchlauf damit ist. Da müssen wir ganz kurz warten. Ich gehe schon mal nach hier. Es müsste gleich losgehen. Und ich erwarte hier einen Fehler. Genau. Das ist das erwartete Resultat. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen, wenn ihr so ein Resultat rauskriegt, dann liegt das einfach da dran, dass die Models hier unten falsch rum verbunden sind. Wir müssen nämlich nach der Model Merge Subject, das muss ins Model 1, und unser Model, welches wir mit Inpainting erweitern wollen, muss in Model 2. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal wieder laufen lasse, dann sehen wir hier, wenn ich den auf Randomize stelle, dass wir wesentlich bessere Resultate im Inpainting bekommen als vorher. Wenn hier noch so Ränder übrig bleiben von der Maske, geht ruhig hier mal hin und sagt Grow Mask Buy im VAE Encode. Dadurch wird das Ganze ein bisschen smoother. Ich kann das mal ein bisschen größer ziehen hier. Ich möchte auch mal hier oben einen Green Parrot haben. So, dann sehen wir ein bisschen besser die Übergänge. Wenn wir das Green nicht wegmachen, wir sehen hier, oder das ist auch ein ganz gutes Beispiel, wir sehen hier, dass er auch von den umliegenden Pixeln her die Farben etwas übernimmt. Also jetzt haben wir es wirklich geschafft aus unserem Model hier vorne, was ja keine Inpainting-Variante ist, das wäre nämlich diese hier. Wir haben aber das genommen. Dieses Model haben wir jetzt mit Inpainting-Fähigkeiten erweitert. Und das funktioniert mit nahezu jedem Stability Fusion 1.5 Model, wenn ich das mal Absolute Reality nehme. Und wir lassen das einmal durchlaufen. Ich mache hier eben mal hinten den VAE Encode for Inpaint aus. Das ist schon ein ganz gutes Bild. Na, vielleicht könnte das Katzenköpfchen ein bisschen kleiner sein. Wir nehmen das. Rechtsklick. Open in Mask Editor. Sagen jetzt mal hier, wir wollen das Gesicht maskieren. So. Die Ohrform können wir auch rausnehmen eigentlich. Machen das VAE Encode for Inpainting wieder an. Und auch hier sehen wir wieder, dass wir jetzt dem Absolute Reality die Möglichkeit fürs Inpainting hinzugefügt haben. Wenn ihr hier noch ein bisschen was mit der Maske verbessern wollt, das kann man auch noch machen. Es gibt in den Comfy UI Essentials, Link ist unten in der Beschreibung, gibt es eine Mask Blur Node. Ups, falsch geklickt. Plus. Die Essentials haben immer ein Plus am Ende. Mask Blur, die wollte ich haben. Das kann das Inpainting auch noch stellenweise was verbessern, weil dadurch wird die Maske ein bisschen gefeathert, also geblurrt, ein bisschen weicher gemacht. Das können wir auch hier sehen im Mask Preview. So sieht unsere Maske jetzt aus. Dann können wir das hier auch wieder ein bisschen runterdrehen. Das passt gerade nicht so gut. Hier sagen wir dafür mal 20 im Feathering. Ja, da ist sicherlich ein bisschen Prompting noch vonnöten. Aber man sieht schon, dass sich das alles ziemlich gut ins Bild einfügt. Ansonsten macht er hier STRG B für Bypass. Dann ändert sich nichts. Und ihr habt die alte Maske wieder. Ja, Inpainting mit jedem Stable Diffusion Model. Mit dem kleinen Aufbau hier unten im Confi UI. Kann man machen, wenn man es braucht. Man kommt ja immer mal an den Punkt, wo man denkt, vielleicht mache ich da ein bisschen was mit Inpainting. Habe aber kein Inpainting Model, baue ich mir eben selber eins. Ja, das Epic Realism war wesentlich schöner hier an der Stelle. Ja, viel Spaß beim Stable Diffusion Model. Selber ausprobieren und beim Inpainten wünsche ich euch. Bis zum nächsten Video. Macht es gut und Tschüss.